Rahman Rahim Rabbish Rahli Sadri Wa Yassili Amri Wahli Al-Uqdatan Milisani Afqaul Qawli Heute geht es weiter inshaAllah mit der 6. Säle des Imanes Nämlich der Glaube an das Schicksal und die Vorbestimmung Auf Arabisch heißt das Al-Qadar Schicksal und Vorbestimmung und bevor ich über dieses Thema rede möchte ich gerne erstmal erklären mit wem wir zu tun haben weil viele Leute wissen gar nicht wer Gott ist viele Leute wissen gar nicht wer Allah ist und wenn sie die nicht mal wissen wer Allah ist wie können sie das Schicksal und die Vorbestimmung kapieren und verstehen das geht nicht man muss erstmal wissen mit wem man zu tun hat um das Schicksal und die Vorbestimmung zu verstehen ein Lehrer sagte in der Schule sieht ihr mich zu deinen Schülern die haben gesagt ja sieht ihr die Tafel dann haben sie gesagt ja dann hat er gefragt sieht ihr Gott sie sagte nein dann sagt er es gibt kein Gott ein Schüler ist aufgestanden und hat dem Lehrer gefragt siehst du mich der Lehrer hat geantwortet ja siehst du die Tafel oder siehst du die Tafel der Lehrer hat geantwortet ja dann hat der Schüler seinen Mitschüler gefragt sieht ihr den Verstand von dem Lehrer sie haben gesagt nein dann sagt er der Lehrer hat kein Verstand nicht alles was wir nicht sehen existiert nicht Sauerstoff sehen wir nicht aber ohne Sauerstoff können wir nicht leben die Erderziehungskraft sehen wir nicht aber die existiert die spüren wir und Allah der Schöpfer von dem ganzen Universum hat seine Unterschrift überall in seiner Schöpfung genauso wie die Menschen ein Mercedes erkennen dass es ein Mercedes ist jeder der Verstand und gesundes Herz hat erkennt seinen Schöpfer automatisch aber die Menschen die den allmächtigen Gott leugnen sie leugnen den allmächtigen Gott weil sie einfach nicht bereit sind zu denken und dank dem Christentum sind viele Menschen ungläubig geworden und viele Menschen sind Atheisten geworden jetzt bevor wir das Schicksal und die Vorbestimmung definieren wir müssen erstmal wissen mit wem wir zu tun haben wer ist Gott wer ist Allah Allah sagt im Koran sinngemäß übersetzt wir werden sie wir werden sie also Allah spricht wir werden sie die Menschen unser Zeichen überall auf Erden und an ihnen selbst sehen lassen alleine zum Beispiel die Niere eines Menschen das ist ein Kläranlage in dieser Niere fließen täglich 1500 Liter Blut die gesäubert werden von den Giften wer gibt den Befehl für diese Niere diese Tätigkeit durchzuführen woher weiß die Niere dass diese Giftstoffe Giftstoffe sind und diese verschiedenen Arten an Giftstoffen wer gibt dieser Niere den Befehl so musst du arbeiten die Niere ist komplizierter als die als das größte Kläranlage dieser Erde Subhanallah das ist was wir in uns ein Zeichen von Allah sehen jetzt die Gesichter von den Menschen das sind 6 Milliarden Menschen auf dieser Erde kein Gesicht ist 100% identisch mit dem anderen Gesicht eines anderen Menschen die Fingerdrücke von jedem von uns sind unterschiedlich und das sind 6 Milliarden an Menschen Hautfarben genau das gleiche du kannst immer die Zwillinge von einem anderen unterscheiden Sauerstoff Gehalt in der Luft ist 21% und die Wissenschaftler sagen wenn das 20% wäre wird die Erde den Inhalt von diesem Sauerstoff absaugen und wir werden aussterben wenn das 22% wäre wird nur Verbrennung auf diese Erde geben wer lässt das nur 21% jetzt was sehen wir in unserer Umgebung was sehen wir in unserem Universum die Erde hat einen Durchmesser von 12.000 ca. 12.000 Kilometer die Sonne ist 142 Millionen Kilometer von uns entfernt die Wissenschaftler sagen wenn die Sonne 10 Meter runter kommen würde werden wir alle verbrannt wenn die Sonne 10 Meter höher wäre wird alles auf dieser Erde frieren das sind 10 Meter und wir fliegen mit dem Flugzeug 10.000 Meter Richtung die Sonne und wir werden nicht verbrannt werden nur damit wir wissen mit wem wir zu tun haben das sind Gesetze die die Menschheit nicht kennt die Sonne ist 103 Mal größer als die Erde die Milchstraße diese Straße die das Sonnensystem enthält enthält nicht nur die Sonne und die Erde sondern auch noch neuen Planeten dazu was noch dazu kommt das sind zwei Milliarden Asteroiden enthält diese Milchstraße und die Wissenschaftler sagen es gibt zwei bis drei Milliarden Milchstraßen und Allah weiß am besten das kann nur der erste Himmel sein und Allah erwähnt sieben Himmel im Koran und der Prophet Mohammed hat gesagt der erste Himmel im Vergleich zum zweiten Himmel von der Größe her wie ein Nadel im Ozean der zweite Himmel im Vergleich zum dritten Himmel ist wie ein Ring in der Wüste und so weiter und das Ganze ist wie ein Ring im Vergleich zum Thron des Allmächtigen Gottes nochmal der erste Himmel ist im Vergleich zum zweiten Himmel von der Größe wie ein Nadel im Ozean der zweite Himmel im Vergleich zum dritten Himmel ist wie ein Ring in der Wüste und so weiter bis zum sieben Himmel das Ganze hat die Größe wie ein Ring in Majestät Allas in seinem Thron oder im Vergleich zu seinem Thron das ist Allah mit dem wir zu tun haben das ist unser Schöpfer der die Himmel und die Erde erschaffen hat der uns jede Sekunde versorgt der 6 Milliarden Menschen gleichzeitig sieht versorgt ihre Bittgebete erhöht und sie bewahrt oder sie sterben lässt das sind nicht nur die Menschen es gibt Allahu Allah weiß am besten wie viele Milliarden an Engel gibt wie viele Milliarden an Dschinnen gibt Geister gibt wie viele Milliarden an Pflanzen gibt wie viele Milliarden an Fische gibt wie viele Milliarden an Tiere gibt Allah sieht sie gleichzeitig und versorgt sie alle gleichzeitig und hört sie gleichzeitig ich kann nicht auf zwei Personen gleichzeitig hören geht nicht versuche mal auf fünf Menschen gleichzeitig zu hören oder fünf Menschen gleichzeitig zu zu hören das geht nicht das ist der allmächtige Gott und nicht nur Allah weiß was du in deinem Herzen hast das ist dein Schöpfer für Allah gibt es keine Zukunft und kein Gegenwart und keine Vergangenheit Allah hat die Zeit erschaffen Allah sieht alles Allah sieht alles gleichzeitig die Gegenwart die Vergangenheit und die Zukunft ist für Allah sichtbar und sein Wissen ist über unsere Vorstellungskraft Allah ist allwissend oder hast du irgendjemand gesehen der allwissend ist wenn du mit bekommst dass die Polizei dein Telefon abhört du sagst was sind das für schlaue Menschen wenn du erfährst dass jemand durch eine Mauer sieht du sagst dass es ein außergewöhnlicher Mensch ist die djinn sehen auch durch die Mauer die geister wesen die sehen also wir sitzen jetzt in der moschee wir sehen nicht was draußen passiert die djinn wissen das und das sind geschöpfe gottes was ist mit dem schöpfer die leute wissen gar nicht mit wem sie zu tun haben deshalb sind sie atheisten geworden die leute wissen gar nicht mit wem sie zu tun haben deshalb sind sie in die er gegangen durch die lehre des christentums wenn der mensch denkt laut christentum oder wenn man an diese lüge glaubt vom christentum dann verliert man den verstand wie kann dieser allmächtige gott der dieses ganze universum erschaffen hat der diese macht besitzt zur erde runter kommen sich kreuzigen lässt sich erniedrigen lässt für wen für dich wer bist du Allah sagt in einem heiligen Hadith die ganze Erde hat nicht mal einen Wert einer Mückenflügel bei Allah geschweige denn dass der allmächtige Gott runter kommt zur Erde und sich erniedrigen lässt für diese Menschen wir sind nichts für den allmächtigen Gott das ist der Grund warum viele Menschen Atheisten geworden sind dank dem Christentum das ist der Grund warum viele Menschen Ungläubige geworden sind die an Gott überhaupt nicht glauben dank dem Christentum aber Alhamdulillah Allah ist barmherzig Allah hat den Koran direkt herab gesandt als die Bibel geändert gefilcht worden ist und im Koran steht alles drin der Koran erweitert deinen Verstand ohne Koran sind wir verloren Wallahi ohne Koran sind wir verloren du wirst auf Achsen drehen du wirst so viele Gedanken haben bis du Kopfschmerzen bekommst woher komme ich was ist der Sinn meines Lebens und wohin geht die Reise und das beschreibt Allah in drei Versen im Koran woher kommen wir wir kommen von Allah und wir kehren zu ihm zurück mit einem Satz was der Sinn des Lebens Allah sagt im Koran ich habe die Jinn und die Menschen erschaffen nur damit sie mir dienen jetzt kennst du deine Funktion auf dieser Erde wohin geht die Reise Allah sagt im Koran jede Seele wird den Tod kosten und ihr werdet alle aufstehen und zu mir zurück gebracht werden also das ist woher kommen wir welchen Sinn haben wir auf dieser Erde warum leben wir und wohin geht die Reise wo ist dein Urlaub für immer und ewig wohin nicht nach Mallorca zu deinem Schöpfer kehrt kehrt zurück jetzt Durchmesser des Universum was die Menschen als Universum was die Wissenschaftler als Universum betrachten was die bis jetzt gesehen haben das sind 24 Milliarden Lichtjahre subhanallah Allah zeigt uns sein Zeichen jeden Tag wir müssen nur nachdenken wir müssen diese Zeichen einfach fühlen und spüren und sehen damals vor 1400 Jahren als Allah Herab gesandt hat im Koran dass jeder von uns zwei Engel hat ein Engel rechts und ein Engel links die auf ihn eingesetzt worden sind um seine guten oder schlechten Taten aufzuschreiben das war für den Menschen unbegreiflich aber jetzt durch den Computer begreift jedes Kind dass das eine Tatsache ist der Computer macht Millionen an richtigen Aufgaben innerhalb einer Sekunde das sind Zeichen von Allah das Wissen ist immer gegeben aber Allah lässt Wissen frei mit der Zeit Allah lässt Wissen frei guck mal google zum Beispiel suchst du nach irgendeinem Produkt bekommst du die Produkten weltweit in Sekunden das sind Zeichen von Allah Allah hat dieses Wissen freigegeben für dich damit du deinen Schöpfer erkennst damit du Allah erkennst und damit du Allah dienst und damit du Allahs Richtleitung folgst jetzt wenn man das Universum betrachtet ab 200 Kilometer herrscht Dunkelheit du siehst deinen Finger nicht wenn man jetzt mit einem Flugzeug oder mit einer Rakete 200 Kilometer in die Luft fliegt nach oben fliegt herrscht Dunkelheit und wir wissen wir wissen dass die Strahlen der Sonne normalerweise laut physikalischen Gesetzen durchdringen müssen durch diese Dunkelheit aber das ist totale Dunkelheit totale Finsternisse das sind Gesetze des allmächtigen Gottes im Meer wenn man tausend Meter taucht sieht man seinen Finger nicht herrscht auch totale Finsternisse und die Fische haben Licht von Allah bekommen dass sie vorne sehen können dass sie vor euren Augen sehen können jetzt welche Dimension hast du in dieser Moschee vielleicht ein Prozent welche Dimension hat die Moschee in Mörs vielleicht ein Prozent welche Dimension hat Mörs in Deutschland oder im Vergleich zu Deutschland vielleicht ein Prozent welche Dimension hat die Erde im Vergleich oder oder Universum ist wie ein Sandkorn am Strand am Meer das ist die Dimension der Erde welche Dimension hast du jetzt im Vergleich zum Universum und Allah ehrt dich wenn du betest Allah guckt in die Augen wenn du Allah um Hilfe bittest Allah hilft dir mit seinem Wissen Allah ist mit seinem Wissen mit uns allen das ist die Barmherzigkeit und das ist die Gnade und es gibt kein Blatt von einem Baum was runter fällt ohne Allahs Befehl es gibt keine Pflanze die wachsen darf ohne Allahs Befehl Subhanallah gepriesen Allah über das was die Menschen ihm beigesellen das ist der Linke der Herrscher der Allwissend der Allweise der Barmherzige wisst ihr wie viel Geschöpfe Gottes auf diese Erde gibt zwei Millionen unterschiedliche Geschöpf Arten gibt es die Menschen ist nur eine Geschöpf Art zwei Millionen Geschöpf Arten es gibt vieles was wir nicht sehen zum Beispiel und Allah versorgt sie alle gleichzeitig Allah sieht sie alle gleichzeitig das ist mein Gott das ist mein Schöpfer den ich fürchte und ich liebe jetzt kommen wir zu unserem Thema zurück nachdem wir mit kleinen Beispielen nur ein Bruchteil erklärt haben wer Allah ist denn Allahs Unterschrift ist in seiner Schöpfung aber nur die blinden Herzen sehen das nicht jeder von uns erkennt ein Mercedes auf der Straße sei es vom Stern oder von der Karosserie zum Beispiel oder von Form dieser Karosserie aber Allah erkennt man nicht so einfach warum weil die Menschen im Herzen blind geworden sind Allah sagt im Koran nicht die Augen sind blind sondern das Herz in der Brust ist blind der Mensch der die Gaben Allahs nicht sieht mit seinem Herzen und nicht mit seinen Augen er hat nicht verdient als Mensch bezeichnet zu werden denn Allah hat Adam geehrt und Adam auserwählt sogar hat Allah die Engel befohlen sich für Adam niederzuwerfen und dann kommt einer vom Nachfahren und sagt es gibt keinen Gott jetzt kommen wir zu unserem Thema was ist Schicksal Schicksal dass du geboren bist das ist dein Schicksal dass du hier sitzt das dein Schicksal dass du hübsch aussiehst das ist auch dein Schicksal alles was mit dir geschah ist dein Schicksal das ist Al-Qadar jetzt kommen wir zu der Definition von Al-Qadar die Vorbestimmung Also die Vorbestimmung besteht aus drei Kategorien die erste Kategorie ist dass du geboren bist dass du deine Versorgung bekommst dass du ein bestimmtes Maß an Intelligenz hast oder bekommen hast Geschenk von deinem Schöpfer wo du stirbst und wann du stirbst das hat Allah schon vorgeschrieben du hast keinen Einfluss drauf das ist schon vorgeschrieben die zweite Kategorie ist für das was Allah für dich vorgeschrieben hat musst du was tun um das zu bekommen was Allah für dich vorgeschrieben hat du musst aufstehen nach Arbeit suchen damit du die Arbeit bekommst die Allah für dich vorgeschrieben hat die dritte Kategorie die Richtleitung die Vorbestimmung in dieser Hinsicht ist keine Sache die die mit der Ungerichtigkeit zu tun hat die hat mit der Gerichtigkeit zu tun Allah hat dir einen Verstand gegeben und hat dir eine Richtleitung geschickt wenn du diese Richtleitung folgst wirst du belohnt werden wenn du diese Richtleitung nicht folgst wirst du bestraft werden jetzt ein Beweis dafür weil viele Menschen sagen hätte Allah gewollt wären wir nicht Christen oder nicht Juden die Götzendiener werden sagen hätte Allah es gewollt so hätten weder wir noch unser Väter Allah etwas beigesellt hätten nochmal die Götzendiener werden sagen also die Götzendiener sagen jetzt jetzt hätte Allah es gewollt so hätten weder wir noch unser Väter Allah etwas beigesellt jetzt kommt die Antwort Allahs auf diese Menschen genauso lügten schon jene die vor ihnen waren das sind Lügner Allah hat dir freie Willen gegeben Allah hat dir freie Willen gegeben und für diese freie Willen wird dich Allah am jüngsten Tag entweder bestrafen oder belohnen jetzt wenn ich dir sage du fährst jetzt nach Düsseldorf oder nach Körn und ich sage dir die Autobahn ist gesperrt fahr auf die Landstraße und du fährst trotzdem auf die Autobahn dann bist du selber schuld genau das gleiche Allah hat jedem oder hat uns den Koran herab gesandt als Richtleitung den Prophet Mohammed als letzter Gesandter und Prophet des anmächtigen Gottes für die gesamte Menschheit es bleibt dir überlassen ob du diesen Prophet folgst ob du den Koran folgst oder nicht wer hat euch gezwungen hier zu sitzen keiner Allah hat uns freie Willen gegeben und dafür wird Allah uns zur Rechenschaft ziehen das wäre Ungerechtigkeit wenn Allah uns zwingt etwas zu tun und danach am jüngsten Tag dafür bestrafen werden Allah sagt im Koran ich habe die Jinn und die Menschen erschaffen damit sie mir dienen also Allah sagt im Koran ich habe die Jinn die Geisterwesen die Geisterwesen sind Geschöpfe Gottes Allah hat sie aus Feuer erschaffen die Engel aus Licht und wir aus Erde Allah sagt im Koran ich habe die Jinn und die Menschen erschaffen damit sie mir dienen die Jinn die Geisterwesen und die Menschen haben freie Willen nur damit sie mir dienen sagt Allah jetzt was bedeutet dienen dienen bedeutet gehorchen dienst du dein Schöpfer dann wird dein Herz ruhig dann bist du kein Sklave mehr wenn du deinen Schöpfer dienst dann hast du dich selbst befreit von der Sklaverei der Götzen auf dieser Erde und das ist eine Ehre für dich und nicht jeder hat verdient Allah zu dienen nicht jeder hat verdient Allah zu dienen das ist eine Ehre bist du Allahs Diener geworden indem du Allahs Botschaft folgst dann wirst du geprüft werden die Ungläubigen die hochmütig gegenüber Allah sind und nicht bereit sind den Islam anzunehmen Allah prüft sie nicht Allah prüft nur seinen Diener wer sind die Diener Allahs das sind wir Muslime und Alhamdulillah das ist eine Ehre für uns du bist Allahs Diener geworden dann wirst du geprüft werden bist du Diener des Satans Allah überlässt dich dem Satan und der Satan macht mit dir was er will und wir sehen das auf der Straße die Menschen auf der Straße sind Diener des Satans geworden Diener ihre Gelüste geworden deshalb sind sie verloren deshalb weiß keiner mehr oder kaum einer mehr wozu er auf dieser Erde ist wie geht es dir muss ja muss frag jemand auf der Straße wie geht es dir muss er muss morgen früh um fünf Uhr aufstehen zur Arbeit gehen nach Hause zurückkehren silber kochen und Bier trinken dann Fernseher gucken jeden Tag das gleiche muss der ist wie eine Maschine geworden er bekommt so viele Rechnungen er bekommt so viele Mahnungen jeden Tag wird ein neues Auto rausgebracht ein neues Modell und natürlich wenn jemand sein eigen Gelüste dient wenn dein Gott dein eigen Gelüste geworden ist dann lebst du nur um dein Gelüste zu befriedigen aber bist du Allahs Diener dann bist du ein ehrenhafter Mensch dann hast du die innere Ruhe dann hast du die innere Zufriedenheit dann bist du ein ehrenhafter Mensch in diesem Leben wirst du zufrieden leben und keinen Wert auf materiellen Dingen legen und am jüngsten Tag für alle Ewigkeit wirst du belohnt werden das Gegenteil wenn du Allah nicht dienst wenn du dem Satan dienst und deinen eigenen Gelüsten dienst dann wirst du in diesem Leben verloren gehen psychische Probleme haben erniedrigt werden und am jüngsten Tag wartet für dich eine gewaltige Strafe ewige Bestrafung in der Hölle dann fragen einige Leute warum gibt es Naturkatastrophen warum gibt es Ungerechtigkeiten auf dieser Erde erst mal warum gibt es Ungerechtigkeit auf dieser Erde Allah sagt im Koran dass am jüngsten Tag die totale Gerichtigkeit ist viele Leute sagen ja warum ist meine Mutter gestorben warum ist meine Katze gestorben warum ich ich war vor drei Tagen im Krankenhaus und eine Frau war neben meiner Frau am weinen warum ich warum ich ich habe ein gutes Herz ich bin zu schade für die Menschheit sagt sie weil sie zu gut ist natürlich in ihrem Maßstab sie ist sehr gut sie vergleicht sich mit einem Dieb oder sie vergleicht sich mit einem Lügner oder sie vergleicht sich mit einem Verbrecher natürlich ist sie gut im Vergleich zu diesen Menschen aber laut Allahs Maßstab ist sie Ungläubig und verdient verdient Allahs Zorn und das was mit ihr geschieht ist Allahs Zorn Allah ist zornig auf sie weil sie einfach undankbar ist jemand der an Allah nicht glaubt und seine Befehle nicht folgt und seine Richtleitung nicht annimmt und nicht bereit ist anzunehmen ist undankbar und das ist die Erniedrigung auf dieser Erde Allah prüft ihn nicht Allah erniedrigt ihn gibt ihnen viel Geld gibt ihm die Gesundheit gibt ihm alles was er will und Allah sagt im Koran sinngemäß dass Allah dem Kafer so viel gibt weil Allah für ihn die Strafe am jüngsten Tag vorbereitet hat Allah ist gerecht Allah hat ihn erschaffen Allah versorgt ihn auf diese Erde genauso wie Allah die Tiere versorgt Allah versorgt jeden Kafer warum gibt es Naturkatastrophen das sind menschen gemachte Katastrophen warum gibt es Hunger in Afrika weil die Menschen hier die Afrikaner ausgeraubt haben hier hat man Mercedes und da hat man nichts zum Essen Allah hat für alle Lebewesen bis zum jüngsten Tag vor gesorgt dass kein Essen Mangel auf dieser Erde geben wird wo eine Katastrophe gibt wo Hunger Katastrophe gibt dass es menschengemachte Katastrophe ist hier ist Ausbeutung die Menschen werden dort ausgebeutelt damit die Menschen hier in Europa oder in Amerika gut leben können Plasma Fernsehgeräte kaufen können Luxus haben und ihr seht die Strafe Allah auf diese Menschen jetzt alle Wirtschaftssysteme klampen zusammen jetzt ein Crash das ist die Strafe Allah warum weil diese Menschen Milliarden von Menschen ausgebeutelt haben Milliarden von Menschen ausgeraubt haben damit sie hier Luxus haben jetzt kommt die Strafe Allah und Allah sagt im Koran Unheil ist auf dem Festland und auf dem Meer sichtbar geworden sichtbar geworden um dessen willen was die Hände der Menschen gewirkt haben also einige Muslime zum Beispiel sagen wir machen so viele Bittgebete und unsere Bittgebete werden nicht erhöht warum dann musst du bei dir suchen entweder das sind drei Faktoren Nummer eins du musst bei dir suchen dass du vielleicht Riba nimmst dass du Zinsen verzehrt hast wenn du Zinsen verzehrt hast Allah erhöht dein Bittgebete nicht wenn du den Islam nicht richtig praktizierst Allah erhöht dein Bittgebete auch nicht jetzt Nummer zwei es kann sein dass dein Bittgebete für dich Schaden bringen wird zum Beispiel du möchtest gerne ein Auto kaufen und du bittest Allah darum und Allah weiß dass du in diesem Auto einen Unfall bauen wirst deshalb erfüllt Allah dein Bittgebete nicht Nummer drei und das ist sehr sehr wichtig viele Muslime die ganz weit weg von der Religion sind die bekommen von Allah Versorgung die sind reich die beten nicht sie fasten nicht sie praktizieren diese Religion nicht und die sagen auch unser Bittgebete werden erhöht wir sind auf dem geraden Weg wir haben ein gutes Herz das ist Fluch Allah auf diese Menschen die müssen aufpassen wenn du Allah nicht richtig dienst wenn du den Islam nicht richtig praktizierst und Allah gibt dir dann bist du für Allah wie ein Kafer den Allah auch jeden Tag weiter gibt Allah gibt dem Kafer jeden Tag versorgt ihn gibt ihm was er will damit er in Sünden wächst damit seine Strafe am jüngsten Tag gewaltig wird und wenn du ein Muslim bist der ganz weit weg von der Religion ist der nicht betet nicht fastet den Islam nicht richtig praktiziert und Allah hat dir gegeben und Allah gibt dir an Vermögen da musst du richtig Angst haben das heißt das bedeutet Allah hat mit dir nichts Gutes vor Allah hat für dich die Hölle für alle Ewigkeit vorbereitet dann musst du Angst haben weil viele Leute sagen wir haben ein gutes Herz natürlich hast du ein gutes Herz von Allah bekommen aber du hast dein Herz versaut wir ein Baby wie sieht ein Baby aus wir sagen das sieht wie ein Engel aus schuldlos Sieht Masha Allah wunderbar aus harmlos Allah hat jedem von uns dieses Herz gegeben saubere Herz aber du hast dein Herz mit der Zeit versaut Allah hat dir sowieso ein gutes Herz gegeben du hast dein Herz versaut natürlich du vergleichst dich mit einem Dieb du vergleichst dich mit einem Lügner und so weiter du siehst in deiner Umgebung alle Menschen sind ungläubig natürlich im Vergleich zu diesen Menschen wenn du namentlich Muslim bist bist du vielleicht besser aber du musst den Maßstab von Allah nehmen Allah hat uns befohlen fünfmal am Tag zu beten ein Monat Ramadan zu fasten kein Zinsen zu nehmen Bill Gefahr zu verrichten zu spenden und so weiter tust du das nicht und Allah versorgt dich da musst du Angst haben Allah gibt dir mehr Geld mehr Macht mehr Reichtum da musst du richtig Angst haben das sind die drei Kategorien jetzt kommen wir zu den Menschen die sagen also Muslime zum Beispiel die sagen ja unsere Prüfung ist hart warum ich das sagen auch viele Muslime guck mal was Allah im Koran sagt sinngemäß übersetzt und gewiss werden wir euch prüfen in einem anderen Vers sagt Allah im Koran denkt ihr ihr werdet sagen wir glauben ohne dass ich euch prüfe Allah prüft uns Allah prüft nur die Gläubigen auf ihre Ehrlichkeit auf ihre Aufrichtigkeit auf ihre Geduld und du hast die Ehre von Allah bekommen dass du geprüft wirst womit prüft dich Allah hier Allah prüft dich mit Angst dass du Angst bekommst durch Situationen zum Beispiel wo du einfach auf Allah vertrauen musst und diese Angst muss bei dir verschwinden wenn die gesamte Menschheit gegen dich kämpfen wird und du bist auf dem geraden Weg und kampfst auf Allahs Weg dann solltest du keine Angst haben womit prüft dich Allah mit Minderung an Vermögen dass du manchmal die Miete nicht bezahlen kannst dass du manchmal dass deine Firma pleite geht zum Beispiel dass du im Monat nicht klarkommst mit deinem Gehalt in den letzten 5 6 Tagen zum Beispiel fehlt dir was an Geld das ist eine Prüfung von Allah du bist auch schuld dran aber das ist auch eine Prüfung von Allah wenn das geschieht dann musst du innerlich zufrieden sein indem du sagst Alhamdulillah das ist schon geschehen ob ich einen Fehler gemacht habe oder nicht das ist Allahs Willen ich muss geduldig sein das ist eine Prüfung von Allah womit prüft man uns Allah mit Menschen leben wenn dein Kind stirbt zum Beispiel wenn dein Kind stirbt und du sagst dann kommst du ins Paradies aber wenn dein Kind stirbt und sagst warum ich warum mein Kind und fängst an zu schreien dann hast du den Islam nicht verstanden und dann hast du etwas versäumt was dich ins Paradies bringen würde oder hätte bringen können weil wer hat mir das Baby gegeben wer hat mir das Kind gegeben Allah und Allah nimmt das Kind zurück und wir werden uns alle am jüngsten Tag sehen sogar das Baby wird nicht ins Paradies eintreten ohne Allah zu fragen oh Allah ich möchte meine Eltern mitnehmen wenn du von Allah geprüft wärst wenn du ein gläubiger Muslim bist gibt es zwei Kategorien entweder hast du so viele Sünden dass du durch die Gebete und durch dein Gottesdienst diese Sünden nicht gelöscht bekommen von Allah oder vergeben bekommen von Allah oder dass du keine Vergebung bekommst für diese Sünden deshalb prüft dich Allah mit einer harten Prüfung damit deine Sünden dadurch gelöscht werden oder Allah hat für dich bestimmt eine bestimmte Stelle bestimmte Stufe im Paradies wir wissen dass das Paradies aus mehreren Stufen besteht Allah hat für dich eine bestimmte Stufe vorbereitet vorbestimmt und du kannst das mit deinem Gottesdienst nicht erreichen Allah prüft dich Allah gibt dir eine Prüfung damit du diese Stelle erreichst ist das nicht die Gnade von Allah auf beiden Seiten ist das Gnade von Allah das ist der richtige Muslim wenn ihm Schlechtes Schlechtes zutrifft was sagt er Alhamdulillah wenn ihm Gutes zutrifft was sagt er Alhamdulillah er meckert nicht er sagt nicht das Wetter ist schlecht heute ich habe eine schlechte Laune nein der Muslim sagt ihm Alhamdulillah und jemand der dankbar ist psychisch gesehen sagen alle Psychiater auf dieser Erde er ist zufrieden und wird kaum krank werden was sind die Früchte die frohe Botschaft für deine Geduld und wenn die Menschen ins Paradies kommen am jüngsten Tag was hören sie zuerst das ist euer Lohn für euer Geduld